Du kannst dich leisten, ist nicht wein, aber Bux und Betty. Ich hab Arschkarte. Ja, Bux kannst du auch leisten, die Betty ist noch in einigermaßen nüchtern, die bringt immer nach Hause. Aber wie ist halt das andere? Ich bin auch noch nüchtern, Mann. Ja, ja, voll nüchtern. Was, Betty? Betty will voll nüchtern. Ich habe andere Zeit hinter mir. Ich habe ein Briefier. Noch ein Briefier gerne. Oh nein, Mann. Da kommt ein Briefier wenigstens weg. Das ist der Dance, gell? Betty? Ja? Das ist bloß der, oder? Ich bin auch Blinki gegangen. Hör auf, Mann, Italiano, hör auf! Da, zu vorn, Mann. Ja, das ist klar, Mann. Hau auf. Hau auf. Hey, ich möchte ein bisschen mit dir in dein Sammahl kommen. Leute, wie geht's denn hin? Zu Fuß oder in Brust? Brust. Viel Spaß. Brust. Wie gesagt? Mordfass. Halt die Fresse, Mann. Ich bin zu Fuß. Ja, du bist gut zu Fuß. Der lernt sich die Arten. Ja, der ist der. Ich geh und nirgends mehr hin außer nach Hause. Das wird so weit in die Stadt. Was ist der Alkohol da so teuer am Amal? Der günstiger Alkohol. Hier wurde der Alkohol schon bezahlt, wenigstens. Ja, im Hof ist noch teurer. Ja, da braucht man eine Trin. Nein, genau so teuer. Du musst ein Kube haben, Mann. Mein Bier. Ist es das oder das? Das ist mir. Oh Gott. Uiuiui. Was ist das? Wartenschweig. Morgen gerne, aber heute nicht mehr. Uli, das ist dein letztes Spielspiel. Wie der letzte? Ist das der letzte? Da haben wir keinen Schnappspiel. Ja, scheiße. Wie der letzte? Da müssen wir Kuba saufen. Wux, da müssen wir Wattenspielen. Wie heißt das Spiel? Majan, oder? Stabkopf. Ja, das kann ich nicht.